Kennst du schon die Crazy Mics von Mike Island? Sie reisen um die ganze Welt und sind die größten Sprachtalente, die du dir vorstellen kannst. Beide Crazy Mics können nachplappern, Nachrichten speichern, kichern, wenn sie gekitzelt werden und schlafen. Das Nachplappern aktivierst du, indem du seine linke Hand kurz drückst. Ich plappere dir alles nach. Ich plappere dir alles nach. Jetzt wiederholt Crazy Mike sofort alles mit seiner lustigen Stimme. Drückt man dagegen seine rechte Hand etwas länger, startet die Aufnahme von Nachrichten, einem Lied oder einfach ein paar netter Worte. Wollen wir was spielen? Nochmal kurz gedrückt, stoppt die Aufnahme. Jetzt kann diese jederzeit durch kurzes Drücken seiner rechten Hand wiedergegeben werden. Wollen wir was spielen? Witzig ist auch, wenn du Crazy Mike am Bauch kitzelst, dann lacht er von ganzem Herzen. Sogar so sehr, dass sein Mund wackelt. Hältst du Crazy Mike für etwa 5 Sekunden die Augen zu, schläft er selig ein und beginnt genüsslich zu schnarchen. Jetzt kann gekuschelt werden, denn Crazy Mike wacht erst wieder auf, wenn seine linke Hand gedrückt wird. Die Crazy Mics reisen in einer monstermäßig coolen Transportkiste an. Ich kann projetoet, threatened dem ici- Glasgow Conware Die assumingste eine linke Hand genung. Ich kann Thürger nä unterschreiben! Wir AutoITst Storm vor einem kleinen jerischen SWISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS junto des sinds da ZDB-SHB-HL-ACH-L Sieben st slippery die Maschkальные Ein Ease-Stre Unit-Sty social gefst sitzen, schon slave zu haben. Der Kase los in invisições mit seinenctionsflixiem blvoeren honom ihn veranятся wie in drehen langensgin BERHL-NUMST Vielen Dank.